Schwer, das in Worte zu verpacken, ohne dass man jetzt irgendwie Deutschland angreift oder so, weißt du? Weil ich will Deutschland nicht angreifen, weil ich bin deutsch, also. Leon, jetzt wo du in Mexiko bist, was sagst du zu Deutschland? Ist es toxisch? Wie unterscheiden sich die Menschen overall? Rassismus etc. Für Leon Lovelock ist Deutschland auf jeden Fall toxisch. Ja. Statement, Real Talk, episches Interview. Mach die Tür zu, Bro. Nee, aber ehrlich, also für mich persönlich ist Deutschland toxisch. Toxisch. Toxik. Es ist eine Energiesache so, ne? Für alle Leute, die so ein bisschen auf Vibes und Energien unterwegs sind, wie ich das ja bin, wie ihr es auch schon gemerkt habt. Ich bin ein Typ, der versucht spirituell zu sein, versucht, äh, spirituell zu sein. Und für mich fällt es einfacher, hier ich selbst zu sein, ohne dass ich mir Gedanken mache, so, ob das korrekt ist, wie ich bin oder nicht. Sondern ich bin einfach ich. Und ich habe das Gefühl hier, kann ich mehr ich selbst sein, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss. Und ich sage dir, sobald ich diesen Kontakt und die Verbindung zu Deutschland aufnehme, über Instagram, WhatsApp oder was auch immer, spüre ich diese Vibes und diese Energie. Und ich sage euch ganz ehrlich, ne, eigentlich würde ich mich am liebsten komplett davon einmal so abkapseln, so, von Deutschland. Von allem, so. Von der ganzen Energie, von allen Menschen, von allem, so. Von allem, allem, allem. Und dann einfach mal gucken, ob ich mit einer neuen Mentalität, die auf einem anderen Mindset basiert, als auf dem Deutschen, wie ich dann sein würde. Weil ich glaube, vom tiefsten Herzen, dass ich dann mich wohler fühlen würde, in meiner Haut so. Jedes Mal, wenn ich die Instagram-App lösche, fühle ich mich geiler. Und es liegt nicht an der Instagram-App, ich weiß das, es liegt an der Verbindung zu Deutschland. Weil ich weiß, wenn ich Instagram mache, wenn ich Storys mache und so, ist die Verbindung zu Deutschland wieder da. Das beeinflusst mich, Bro. Sage ich dir ehrlich. Ich kann hier einfach mehr ich selbst sein, fühle mich besser, glücklicher. Ich habe ein Lächeln auf den Lippen und das ist kein Fake-Lächeln, so. Das ist echt einfach, weißt du so. Das ist einfach da, Bruder. So, und deswegen, ich bin dankbar und froh, dass ich es geschafft habe, aus Deutschland wegzugehen und zu merken, wie Deutschland mich negativ beeinflusst hat, so. Und damit habe ich keinen Hass auf Deutschland oder irgendwas. Ich liebe, ich bin, ich habe deutsches Blutland. Ich liebe es, deutscher zu sein. Ich bin, ich habe, ich bin deutsch, so. Ich bin deutsch, aber ich möchte da nicht leben. Eine der schönsten Erkenntnisse in meinem Leben war, dass ich da nicht leben muss, sondern einfach frei sein kann und mich dahin verfrachten kann, wo es mir besser geht. Schwer, das in Worte zu verpacken, ohne dass man jetzt irgendwie Deutschland angreift oder so, weißt du. Weil ich will Deutschland nicht angreifen, weil ich bin deutscher. Krass, wie schrecklich du Deutschland in Erinnerung hast. Ich liebe das Leben hier und bin jedes Mal froh, wenn ich zurückkomme nach Deutschland. Ja, Bro. Es ist nicht so, dass ich Deutschland hasse. Das hatte ich nämlich eben auch das Gefühl, dass es so rüberkommen kann. Aber es ist nicht so, dass ich Deutschland hasse. Und es ist auch nicht so, dass ich keine Liebe für Deutschland am Start habe, so. Es gibt nur ein paar Sachen. Vibes. Weißt du, Vibes und Liebe ist, was Leon Lovelock am meisten in seinem Leben prägt, so. Und das, wenn du das einem Deutschen erzählst, der sagt, was ist das für ein Typ, ist der kaputt? Was für Vibes? Was für Liebe, Digga? Wir müssen Geld machen, wir müssen ein Haus bauen, wir müssen dann Familie gründen und wir müssen so und so. Und das ist dieser Riesenunterschied im Mindset einfach so. Ich brauche Vibes und Liebe im Leben. Die fehlt mir in Deutschland. Und die habe ich hier. Aber wieso würdest du dir dann eine Wohnung in Berlin, wenn du Geld hast? Bro, ich will ja, dass ich den großen Teil meines Jahres in dem Land verbringen möchte, wo Vibes und Liebe sind, so. Das schließt nicht aus, dass ich oft in Deutschland bin. Dass ich auch für ein paar Monate in Deutschland sein kann. Aber immer mit dem Hinterkopfgedanken so, du kannst hier auch wieder weg, so. Und das hatte ich halt früher nicht, weißt du. Ich könnte sogar in Deutschland leben und alle zwei Monate einfach für drei Monate oder für zwei Monate woanders hingehen. Dann würde es mir auch gut gehen. Aber das hatte ich einfach nicht im Kopf, weißt du. Ich hatte früher das Gefühl, dass ich in Deutschland bleiben muss, Bro. Und das Reisen ermöglicht, also eröffnet dir einfach andere Gedankengänge. Erweitert dein Mindset auf eine gewisse Art und Weise. Nicht nur was solche Gedanken und deine Zukunft angeht, sondern auch was das Leben miteinander angeht. Vorurteile werden aufgebrochen. Man lernt neue Kulturen kennen. Ist nice. Mich hält hier nur die Family. Deutschland gönnt keiner dem anderen was. Alles neider. Ist schwer unter einen Hut zu stecken, aber Ken Jebsen MC Boogie Interview. Ganz wilde Nummer. Ganz, ganz, ganz wilde Nummer. Ich würde sagen, wir steigen auch jetzt langsam mal ein hier in die Reactions, oder? Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Ja. Wir sind wach heute now. Zu zweit aus dem Club.